Vielen Dank. 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 Danke. Vielen Dank. Danke. Vielen Dank. Bye. Vielen Dank. Vielen Dank. Und mit Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Danke. Vielen Dank. so. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Und auch. Und auch. Und auch daher bin ich dankbar, dass diese Klasse Dürrenmatt, nenne ich sie mal, hier zusammenkommen darf. Und ich habe auch das Gefühl, dass diese Klasse auch immer mehr wächst. Und ich habe auch das Gefühl nach den Gesprächen und den Vorträgen der letzten Tage, dass diese Klasse auch immer mehr wächst, auch dank des Engagements dieses Hauses. Ich habe jetzt tatsächlich nur so ein paar Bilder mitgebracht, die tatsächlich illustrativ sind oder assoziativ oder wie so eine Art Hintergrundrauschen sein sollen zu dem, was ich sage. Und ich dachte, ich habe mir, ich habe so schöne Fotos gefunden und so. Und dann habe ich dieses Heft bekommen und dachte, da sind ja diese Fotos ja auch drin. Deswegen empfehle ich explizit dieses Heft noch einmal zur Lektüre und bei manchen Fotos bin ich auch gar nicht sicher, ob das wirklich Dürrenmatt ist. Aber darüber können wir auch noch sprechen. Kommen jetzt zum eigentlichen Vortrag. Meinen Überlegungen vorangestellt habe ich ein Mottozitat aus dem Institut für Theorie der Zürcher Hochschule der Künste, beziehungsweise namentlich von Elke Bippus, Jörg Huber und Roberto Nigro. Es lautet, denn ästhetische Theorie kann nur auch ästhetische Praxis sein. Ästhetik beschreibt die Komplexität der Beziehung zwischen Diskursiven und nicht Diskursiven und ist der Name für den Boden, auf dem die sinnliche Erfahrung von dem, was wir Kunst nennen, stattfindet. Ästhetik ist dann das Terrain, das am besten erlaubt, die gegenwärtige Lage zu denken vor dem Hintergrund der Transformationen der Produktionsweisen und der damit veränderten Rollen, die Immaterialität und Affektivität in den sozialen wie maschinischen Gefügen zu spielen. Der Titel meines, ich wusste gar nicht mehr, dass ich da noch einen Obertitel drüber geschrieben habe. Also der eigentliche Titel meines Vortrags ist tatsächlich so, wie er im Programm steht und lautet Dürrenmatt medienteoretisch gelesen, wobei ich auf eine Verschwisterung sozusagen von Medienteorie mit ästhetischer Theorie, beziehungsweise, das wäre die Provokation, als ästhetische Praxis anspiele und eine solche Bestimmung zumindest ein wenig bedenken möchte. Und was dies genauer heißt, möchte ich in den nächsten, ich weiß es nicht, vielleicht 40, vielleicht 45 Minuten ein wenig näher beleuchten und ich beginne naturgemäß mit dem ersten Teil, wie lese ich Dürrenmatt. Dieser Vortrag überlegt mithin, wie eine Beziehung zu lokalisieren ist, beziehungsweise wie diese zu punktieren wäre oder besser, wie jene aus etwas pipettiert werden könnte. Damit benutze ich ein Vokabular, das zunächst ein Verfahren aufruft, das mithilfe eines Geräts durchgeführt wird und dem Dosieren von Flüssigkeiten dient. Als Glasröhrchen etwa, das an der Spitze verengt ist und am anderen Ende entweder offen oder durch einen aufgesetzten P-Läus-Ball oder ähnliches verschlossen ist. Und der Ort, an dem das Pipettieren stattfindet, ist in der Regel derjenige des Labors, für das Hans-Jörg Reinberger unter anderem das Folgende erklärt hat. Das Labor ist eine Werkstatt, in der Bricolage, Basteln stattfinden darf und stattfinden muss. Und dies in Form einer Art Zweiteilung mit einer sicheren Bank aus planbaren, voraussehbaren Experimenten auf der einen, sowie einer viel offeneren Spielwiese an Experimenten mit ungewissem Ausgang auf der anderen Seite. Das Labor lebe von der Reduktion von Einflussfaktoren. Mehr als eine Handvoll Parameter ließen sich dabei nicht sinnvoll gleichzeitig verfolgen und in ihrer gegenseitigen Beeinflussung quantitativ erfassen. Es komme jedoch immer zu nicht vorwegnehmbaren Konsequenzen und die ganze Kunst bestehe darin, daraus etwas zu lernen, Wege zu finden, wie man sie produktiv wenden kann. Bei dem Versuch, einen solchen Laborzusammenhang auf einen anderen Kontext, den Alltag etwa oder eine ästhetische Praxis zu übertragen, bleibt zu beachten, dass, so Reinberger weiter, Experimente nur in einem Bruchteil der Fälle wirklich erfolgreich sind. 80 Prozent gescheiterte Experimente seien absolut notwendig, damit sich die 20 Prozent erfolgreicher Versuche überhaupt ereignen können. Und es braucht zwischen den Experimenten auch immer wieder Routineperioden. Ein Gerät müsse sauber gemacht werden oder eine Komponente müsse neu produziert werden, was einen nötigen Stabilisierungseffekt, eine Matrix evoziere, in der das Neue seinen Platz finden kann. Diese Zuschreibung einer Epistemologie qua Laboratorium soll nun der Ausgangspunkt sein, um Dürrenmatt einerseits zu lesen, sowie andererseits dessen eigene Praxisweise vielleicht neu zu bestimmen. Und was ich dazu selbst dosierend pipettiere, ist dasjenige, was ich jetzt hier Medienteorie nenne und das gleichzeitig als jene Pipette fungiert und mit der diese Dosierung vorgenommen wird. Und auch dieses Vorgehen in seiner ja tatsächlich paradoxalen Anlage könnte vielleicht auch Dürrenmatt gefallen haben. Geht man nun noch immer, muss man sagen, mit Rainer Leschke davon aus, dass die unterschiedlichen Modelle der Medienteorie keine solchen mit historisch begrenzter Geltung darstellen und das mithin für die jeweilige gegenwärtige medienteoretische Situation gilt, dass es keine eindeutige historische Sequenz derselben gibt, sondern eine Parallelität und Überlagerung unterschiedlicher Stadien, dann dient meine Verwendung des Begriffs Medienteorie als Arbeitsvokabel, um ein bestimmtes implizites wie explizites Wissen als Phänomen anzuvisieren. Wissen ist demnach, so auch Daniela Klug und Angela Spahr, in Abhängigkeit von den medialen Formen seiner Speicherung und Übertragung zu sehen, sowie auch, wie ich hinzufügen möchte, im Zusammenhang von Wahrnehmungsmustern und Techniken der Produktion zu entdecken. Medienteorie in diesem Sinn untersucht, so Klug und Spahr weiter, Medien als konstitutive Faktoren von Kultur. Sie ist jedoch zugleich, so meine hier versuchte Perspektive, der Gradmesser, mit dem medienkulturelle Wissensbestände gleichsam auf Wanderschaft gehen und dabei auch die Schwellen der Disziplinen und ihrer Produktionsorte übersteigen. Gleichzeitig wird Medienteorie, das heißt in ihrer Erscheinung als eine solche Kulturbedeutsamkeit, zu einem Anzeichen für das, was Friedrich Barke und Rupert Garderer als die Konturen eines Paradigmas gezeichnet haben, innerhalb deren sie dasjenige situieren, was man die Liebe zum Wort nennt. Die Philologie, nicht ohne zu verabsäumen, die Grenzen eines Vorhabens mit dem Titel Medienphilologie stets zu bedenken. So wenig Medienphilologie gut beraten wäre, schreiben Barke und Garderer, einfach nur den medientechnischen Sachstand unserer Gegenwart inhaltlich wie methodisch nachzuvollziehen, so wenig überzeugend wäre der Versuch, sie als eine Art Dach- oder Superwissenschaft für all die medialen Partial- oder Bindestrichphilologien zu konzipieren. Denn ihre methodischen Handreichungen, zumal wenn sie sich an einen bestimmten philologischen Gegenstandsbereich, in der Regel Literatur, orientieren, werden ausgerechnet von jenen mit Nichtbeachtung gestraft, die als Musikwissenschaftlerinnen, Fernseh- und Filmwissenschaftlerinnen arbeiten. Medienphilologie sollte sich also philologische Heimholungs- oder Einverleibungsabsichten versagen. Dabei zielt die so stark gemachte medienphilologische Operation nicht auf einen bequemen Textualismus. Medienphilologie könne und wolle nicht beispielsweise die bessere Filmwissenschaft sein, sondern ziele auf die Bestimmung dessen, was man den medialen Aggregatzustand des Audiovisuellen in unterschiedlichen Medienkulturen exemplarisch nennen könne, etwa wenn Film unter den postkinematografischen und posttelevisuellen Bedingungen der Gegenwart als ein variables Bewegtbildmodell konzipiert werde, das zwischen verschiedenen Medien transferiert und getauscht werden kann. Zitat Ende. Überhaupt ist der Begriff der Operation ein im Sinne einer Handhabung, wie ich meine, gutes Wort, um jene Sorge zu beschreiben, die dazu texten und ihren Ordnungen zuteil wird. Und ich glaube auch, dass dieser Ort, an dem wir uns heute hier befinden, ein sehr guter Ort ist, der eine solche Sorge auch prädestiniert. Das heißt, es geht um eine Art pflegende Tätigkeit, die die Frage nach der Schnittstelle zwischen Texten, Bildern, Tönen und die Frage nach Produktion und Rezeption von Semiotiken anvisiert. Zitat. Statt das Verhältnis von Zeichen, Apparat und Körper durch Bewusstsein oder hermeneutische Verstehensoperationen zu vermitteln, fragt sie, so Barke Garderer, nach den Berührungsflächen zwischen Zeichenkörpern, sprachlichen Zeichen, ebenso Signalen und Codes und physiologischer Sinnenausstattung des Menschen. Garderer selbst hat hierfür die Figur des Verkuppelns ins Spiel gebracht, als Raum der Begegnung, als Akt der Verbindung, als Vorgang der Übertragung beziehungsweise als Handlung der Überbrückung. Ich glaube, das macht Rupert auch, weil er gelernter Elektrotechniker oder Elektroingenieur ist. Während Verkuppeln, Verbinden, Übertragen, Überbrücken durchaus einen mechanischen oder wenigstens maschinellen respektive technologischen Ablauf, ein Programm, meinen können, wird mit Raum, Akt, Vorgang und Handlung ein Ort aufgerufen, den man auf den ersten Blick wiederum eine Werkstatt, auf den zweiten Blick aber auch wiederum ein Labor nennen könnte. Denn genau in einem solchen Finden, wie die Ingenieurswissenschaft sagen würde, Verschaltungssysteme als Versuchsaufbauten statt. Im Folgenden werde ich argumentieren, dass diese Herangehensweise, die ich ein medienteoretisches Lesen im Labor nenne, uns einen Fingerzeig anbietet, sich einem Autor von Texten, seinem Werk und der auf diese Weise vorgenommenen Markierungen nochmals etwas anders anzunähern und dabei die Marke Dürrenmatt auch im besten Fall anders zu kontextualisieren. Ich komme zum zweiten Teil, Inside the Laboratory. Was ist hier ein medienteoretisches Labor? Was ist ein Labor der Medienteorie? Was ist das Medienlabor vielleicht von Friedrich Dürrenmatt? Was ist das Theorielabor für dieses Werk? Beziehungsweise was ist diese Beziehung, von der ich spreche, was umspannt dieses Gefüge? Zunächst und ganz offensichtlich sind es Texte, die oszillieren, für die die Markierung Dürrenmatt, ein Begriff, den ich sehr viel mehr mag als Marke Dürrenmatt, also für die die Markierung Dürrenmatt, von der ich spreche, mit der Episteme Labor als Fluchtpunkt regelrecht auf der Hand liegt. Und zwar zunächst und vornehmlich im Hinblick auf das wiederum genuin naturwissenschaftliche Verständnis des Labors als Experimentierstätte und Experimental-Anordnung. Denn die Dürrenmatt der Aneignung naturwissenschaftlichen Wissens sowie die entsprechende Auseinandersetzung mit naturwissenschaftlichen Methoden ist, so Rudolf Käser, der dies wie etwa auch Elisabeth Emter umsichtig nachgewiesen hat, seit Mitte der 1950er Jahre und bis zu seinem Tod in vielfältiger Weise präsent. Es nimmt daher kein Wunder, dass all die herausgestellten Wissensbestände der Astronomie, der Physik und Mathematik, das hat Jürgen Link uns gestern noch einmal gezeigt, der Biologie und Ökologie, der Hirnforschung, der Technik, nicht zuletzt auch der Wissenschaftstheorie, vielleicht auch im Sinne der heute derart benannten Science and Technology Studies und auch der Geologie, wie ich von Peter Schnieder gestern lernen durfte, für und bei Dürrenmatt offensichtlich experimentelle Verfahren im literarischen Schreiben laienhaft bzw. dilettierend, allerdings in einem explizit nicht negativ konnotierten Verständnis evozieren. Wenn die Mathematiker und Physiker die Welt befragen, gibt Dürrenmatt, wie ebenfalls Käser zitiert, zu Protokoll, so tun sie es immer nur auf einem Teilgebiet. Sie stellen dazu heute immer öfter Arbeitshypothesen auf, die sich experimentell bejahen oder verneinen lassen. Ich schaffe mir ähnlich wieder Physiker, Modelle von möglichen menschlichen Beziehungen. Diese Modelle sind gleichzeitig auch meine Hypothesen, meine Methode im wissenschaftlichen Zeitalter bestimmte Phänomene der menschlichen Natur zu veranschaulichen. Zitat Ende. Nimmt man diese Aussage ernst und fasst sie nicht als bloße Attitüde auf, erweist sich die Zuschreibung des Labors, um Dürrenmatt grundsätzlich zu lesen, als symptomatisch für einen Ansatz, der einen bestimmten Grad an Aneignung beschreibt, von dem bereits gerade die Rede war und der es verdient, in aller Kürze ein bisschen veranschaulicht zu werden. Dieses aneignende Vorgehen, das die Markierungen, die ich hierbei und für Dürrenmatt nur kurz folgen kann, aufruft, meint dabei keine unmittelbare Imitation naturwissenschaftlichen Laborierens, respektive Experimentierens, sondern bedeutet, deren Erblicken als ausdrückliche Medienerscheinungen zu thematisieren. Käse hat dies an anderer Stelle am Beispiel von Dürrenmatt's Besuch im Observatorium von Palomar 1981 näher dargestellt, wie dies auch im Frankfurter Vortrag Kunst und Wissenschaft deutlich werde. Man führte, Zitat, Man führte mir das Riesenteleskop vor, ließ die Kuppel öffnen, dann kreisen. Ein Mittelding von Kran und Lift schob mich sieben, acht Meter hoch über den gewaltigen Spiegel, auf den Sessel, auf welchem einst Zwicky und Bade gesessen hatten. Mein Gott, wenn das der Direktor wüsste, murmelte der Techniker. Bade und Zwicky hatten noch Nächte hindurch beobachtet, in Wintermänteln frierend unter der geöffneten Kuppel. Nun war alles automatisch, seit Jahren hatte kein Mensch mehr durch die Okulare geschaut, Fernsehkameras ersetzten das menschliche Auge. Oder in anderen Worten Dürrenmatt's, man erwartet Fernrohre und Gelehrte, die durch die Fernrohre schauen, nichts dergleichen. Alle Bilder werden von Videokameras aufgenommen, in einem Arbeitssaal überspielt und da wird am nächsten Tag das Spektrogramm, das in Zahlen aufgelöste Spektrogramm studiert, keineswegs mehr dieses herrliche farbige Gebilde, das man früher als Spektrum kannte. Ich argumentiere, dass hier nicht allein ein Schock auszumachen ist, der den Autor Dürrenmatt angesichts einer Digitalisierung der Bilder ereilt. Hinzu kommt auch, dass die Werkzeuge der Naturwissenschaften, die sich immer stärker auch als Medien gebieren, als Objekte und laborhaft Einsatz finden, zum einen sicherlich epistemologische Beobachtungsprozesse für das Erzählen anbieten. Erinnert sei mit Käse auch an die Erzählung der Auftrag vom Beobachten des Beobachters der Beobachter. Zum anderen arbeitet aber die Erfahrung mit solchen Labormedien an den Dimensionen der schreibenden Experimentalsituation, die darüber hinaus geprägt ist von einer überaus präsenten Übertragung in Medienausführungen. Und das ist die Konstellation, die ich meine, wenn ich von einem mehrschichtigen medienteoretischen Lesen spreche. Einerseits die Begegnung mit Medienmaterialitäten oder Objektivationen in der Auseinandersetzung mit naturwissenschaftlichen Laboratorien, methodisch praktizierend, die eine Theorie von Medien eigentlich voraussetzen. Andererseits die schlichte Konsequenz, dass Medien, in welcher Bestimmung auch immer, die Markierung dürrenmatt umgeben, im Alltag wie in der Vermittlungsdynamik der einzelnen literarischen Texte. Ersteres hat Ulrich Weber wie folgt beschrieben, Zitat. Das Schreiben im vordigitalen Zeitalter ist kaum vorstellbar. E-Mail und Internet waren dürrenmatt unbekannt. Auch wenn ihn die elektronischen Hirne schon 1968 faszinierten, hielt die Computerwelt erst in seinen letzten Lebensjahren ansatzweise Einzug in seinen Alltag. Seine letzte Sekretärin arbeitete mit einem Textverarbeitungsprogramm auf einem IBM-Computer, Telefon und Sekretärin übernahmen weitgehend die Kommunikation nach außen. Es lag ihm nicht, ja, es war ihm kaum möglich, sich beiläufig schriftlich zu äußern. Die Schriftlichkeit hatte für ihn das biblische Gewicht des Es steht geschrieben. Zweiteres betrifft dasjenige, was das Dürrenmatt-Handbuch, auf das ich mich hier aufgrund auch von dessen Einschlägigkeit noch einmal beziehe, a. im Kapitel Ästhetik und Poetik als Intermedialität bezeichnet, sowie was b. im Kapitel Gattung unter Adaptionen gefasst wird, beziehungsweise was c. unter dem Schlagwort Film und Literatur ausgeführt ist. Ad a. Friedrich Dürrenmatt's Werk ist genuin intermedial angelegt, schreibt Lukas Glor und bezieht diese These auf eine dreiteilige, geradezu typische, vielleicht aber auch zu holzschnittartige Kategorisierung für sogenannte mediale Phänomene. Medienwechsel, das hat Lukas Gysi schon gesagt, Medienkombination und intermediale Bezüge, sogenannte, die Glor von Irina Rajewskis schon etwas ältere Einführung zum Thema übernimmt, seien wichtige Elemente von Dürrenmatt's Schaffen, zumal dessen Arbeit als Autor, Dramatiker, Regisseur und Maler in verschiedenen Medien ihren Ausdruck gefunden habe. Die transmediale Verwendung von Motiven und Themen und deren Bezügen untereinander seien, Zitat, offenkundig und schließlich würden insbesondere im Spätwerk Medialität und Intermedialität explizit reflektiert und Medienkritik geübt. Im Folgenden möchte ich diesen Befunden, die auf die Bezüge zwischen Schrift und Bild ebenso abzielen wie auf das Theater als spezifisches Medium, auf die Oper als multimediales Format, auf die Filmerzählung und das Drehbuch sowie das Hörspiel in einer sozusagen medienteoretischen Gesamtanlage ein wenig nachspüren und jene mit meinem eingeführten Begriff des laborativen respektive Experimentieren, Pipettierens lesen. Tröpfchenweise kommen hier Elemente von unterschiedlichen Medienauffassungen, Medienweisen, Medienmaterialitäten, aber auch Medienformen zusammen. Das Gefäß oder besser das Gerät, die Gerätschaft, mit der dieses Verfahren durchgeführt wird, von Dürrenmatt selbst wie von mit ihm kooperierenden beziehungsweise ihn aufgreifenden, interpretierenden Medienschaffenden bleibt, so meine Zwischenbeobachtung das Medium des Textes, als mit Frauke Berndt und Lili Tonga-Erk gesprochen selbstreflexives Medium beziehungsweise auch die Praxis des Schreibens. Annette Holzheit hat dies ihrerseits unter dem Titel Stilisierte Unordnung im Versuchsraum des Kunstwerks zur intermedialen Stilkonzeption bei Friedrich Dürrenmatt, worauf sich auch Chlor bezieht, derart beschrieben, dass sich analog zur Wahl des Mediums auch die Wahl des Schreibstils einer solchen Bewegung unterordne. Und so nimmt es erneut kein Wunder, dass sich die Markierung Dürrenmatt nicht allein in verschiedenen miteinander in Beziehung stehenden Medien ausdrückt, sondern dass auch Medien als Medialitäten selbst Eingang finden in einzelne Erzählstrukturen. Ich erwähne das nur kurz, wie es etwa für die Fotografie in der Verdacht oder für die Zeichnung in das Versprechen festzustellen ist. Chlor wiederum verortet dazu eine Tendenz bei beziehungsweise für Dürrenmatt, Intermedialität auch konzeptionell und reflexiv hervorzuheben. Die Dominanz einer Medienthematik, die sich auch, so Chlor, der Medienrevolution der Postmoderne verdanke und für die Positionen der postmodernen Medientheorie noch näher auszuführen seien. Eine von deren Punktierungen könnte wiederum die Erscheinung der Verschaltung bedeuten, auf die ich damit in kleiner theoretischer Hinsicht zurückkomme, beziehungsweise das Denkbild des Relais, für das etwa auch Bernhard Siegert einmal die Geschichte der Literatur als Epoche der Post klassifiziert hat. Ad B. Ich bestimme das Medienlabor, das als Gedanke den Ausgangspunkt meiner Überlegungen gebildet hat, im Rahmen einer solchen kleinen Theorie-Tradition. Als Praxis ist dieses eine fortgesetzte und fortlaufende Verarbeitungsschlaufe beziehungsweise, wie vielleicht Max Benze-Text theoretisch sagen würde, die Konsequenz eines kunsterzeugenden Prozesses, der reparatorabhängige Selektionen nutzt, um Innovationen erzeugende ästhetische Zustände im Anschluss an Dürrenmatt herbeizuführen. Deren Technik ist die bereits genannte Praktik der Adaption. Monika Schmitz-Ehmanns hat unter anderem gezeigt, wie vielfältig jene auch oder gerade auch im Fall von Dürrenmatt das Medium des Literaturcomics betreffen kann. Und gestern hat sie uns dies auch sehr eindrücklich am Beispiel des Puppentheaters demonstriert. Andreas Engelhardt, Beate Schappach und andere haben dies für das Medium der Bühne beziehungsweise der Inszenierung dargestellt. Und Ulrich Boss und Ilju Perlin haben sich wie viele andere auch, ich erwähne nur Gary Bettinson, Hewitt D. Brock, Jürgen Heinsmann, Thomas Kinn, Florence Paravi bis hin zu Lothar von Laag, der Umsetzung der Dürrenmattchenstoffe in, Zitat, bewegte Bilder eingehend angenommen. Ich gehe auch daher davon aus, dass es angesichts dessen offenkundig ist, wie sehr sich jenes Medienlabor weitet, wie es sich aufhaltet, wie es sich verzweigt, neue Allianzen beziehungsweise neue Substrate ausbildet, übergreift und schließlich den eigenen Raum, das Labor, verlässt, um aus der Experimentierbarkeit, dem Pipettieren den Weg zurück zum eigentlichen Medium, den Text beziehungsweise auch den theoretischen Text, die Medienteorie vielleicht an sich zu finden. Bei Dürrenmatt findet dieser Vorgang allerdings nicht als lineare Akt statt, sondern findet möglicherweise oder auch sicherlich immer schon statt, im Tun des Schreibens als Moment zwischen Medienproduktion, Medienrezeption, aber auch Medienkontemplation. AC. Ich wende mich demjenigen Medium hierzu, das die ästhetischen Wege, die ich angedeutet habe, bei für Dürrenmatt bemerkenswert aufruft. Mehr als drei Jahrzehnte lang, so erneut Boss und Pellin, habe sich Dürrenmatt an der Textform des Drehbuchs gerieben, in der er sich, wie Charlotte Kerr im Porträt eines Planeten festhält, gar nicht zu Hause fühlte. Meiner Ansicht nach zäumt diese Feststellung das Pferd gleichsam von hinten auf. Ein Ansatz, der das Schreiben Dürrenmatt für das Medium des Films als etwas versteht, das immer positiv wäre, wird der Kraft der Auseinandersetzung nicht gerecht. Die Distanzierung zum, sowie die wiederum gleichzeitige Verschwisterung mit diesem Medium, evozieren ihrerseits, so meine These, eine medienteoretisierende Neigung, die jene Kultur des Films betrifft, von der bereits Bela Balasch 1924 gesprochen hat und die Rudolf Arnheim 1932 als Kunst titulierte, da der Film ästhetische Eigenständigkeit als Verbindung partieller Illusionen und des lebendigen Bildes besitze. Nun hat, und ich hoffe, dass ich mich nicht täusche, Dürrenmatt allerdings keine Filme gemacht, im eigentlichen Sinne, sondern sich in erster Linie an Drehbüchern auch beteiligt. Doch ist es dabei, wie es bei Ernst Iris heißt, der Organismus Film, der seine Mittel gewissermaßen der Markierung Dürrenmatt laborierend überzustülpen vermag. Es ist darüber nachzudenken, wieso ein medienteoretisches Lesen Dürrenmatt, um im aufgerufenen Bild zu bleiben, zurück ins Reagenzglas und von dort zurück in die Pipette führt, zur Problemstellung bzw. zur Erkenntnisfrage, wegen der überhaupt zu jener gegriffen wird, wegen der schlechthin das Labor besteht. Zu stellen ist hierfür die Frage nach dem, was hier eine Medienästhetik Dürrenmatt in dem Sinne genannt werden könne, die, wie es bei Erich Hörl ebenfalls heißt, nach der Bedeutung ästhetischer Dispositive fragt. Was zeigt sich, fragt auch Hörl, was artikuliert sich in dieser höchst dringlichen Frage, von woher schreibt sich ihre diagnostische Virulenz? Und die Antwort könnte, um in diesem Diskurs zu bleiben, dazu führen, was Hörl mit Gilbert Simondon als offene Maschine bestimmt und dass ich in Anlehnung an beide Positionen im Angesicht Dürrenmatt ein Ensemble medienästhetisch kreierter Theorie nennen möchte. Jörg Huber hat Erich Hörl das Folgende geantwortet. Das stammt nämlich aus einem Gespräch zwischen beiden. Zitat etwas länger. Was ist radikale Kreation? Wir verstehen das Ästhetische als Aktion und Wirken in der relationalen Koexistenz. Aktion und Wirken als Kräfte im Spiel der Kräfte, als die Energie eines Entstehens, Werdens, Hervorbringens. Nicht ein Gestalten also, das bedeutet oder darstellt und sich hinsichtlich Produktion und Rezeption auf bestehende Dinge, Objekte und Subjekte sowie deren Interaktionen bezieht. Das Ästhetische transzendiert denn auch die Dimension von Wahrnehmungs- und Erlebnisvorgängen, wie sie die Phänomenologie zum Thema macht und manifestiert sich in der Hervorbringung von Konstellationen, die nie zu Ende gebracht werden, sondern immer wieder sich verändern und Neues exponieren. In diesem Herausstellen geschieht Ästhetisches. Prozesse der Sinne des Affektiven und der Affektion, der Passion und Emergenz. Entsprechend thematisiert die Ästhetik nicht nur Weisen des Sehens, Hörens, Sagens, Empfindens etc., sondern das Hervorbringen und Ereignen von Nichthörbarkeit, Nichtsagbarkeit, Nichtsichtbarkeit, Nichtempfindbarkeit etc. Zitat Ende. Und ich schließe daran mit dem dritten und letzten Teil meines Vortrags an, Dürrenmatz Medienästhetische Lektion. Und ich wende mich dazu einem Text zu, den Lukas Gysi schon erwähnt hat, und wir werden glaube ich auch noch, oder Sie werden noch einen Vortrag auch dazu noch mal eigens hören, deren Genese, so auch Martin Stingelin, in engem stofflichen Zusammenhang mit der bereits erwähnten Novelle in 24 Sätzen, der Auftrag oder vom Beobachten des Beobachters der Beobachter von 1986 steht und in dem, so Stingelin weiter, eine zentrale, medienkritisch reflektierte Frage aufgeworfen wird. Im Handbuchartikel heißt es, wie das, oder die schwarze Leinwand, Dürrenmatz letztes von ihm zu Lebzeiten noch autorisiertes Werk, datiert mit 31.07.1990, erscheint posthum im März 1991. In Ulrich Webers Biografie wird näher beschrieben, wie schon 1980 und 81 der Schauspieler und Freund Dürrenmatz, Maximilian Schell, und Dürrenmatz selbst an einem neuen Filmstoff arbeiteten, an besagtem Stoff des Midas. Der Text Dürrenmatz fußt mithin auf einer konkreten, würde ich sie nennen, medienpraktischen Produktionskonstellation. Weber rekonstruiert, zitiere, In den 1950er Jahren hatte Dürrenmatz die Idee, eine Idee für ein Fernsehspiel, das er damals mit dem süddeutschen Rundfunk plante. Der Stoff mit dem Titel Cog-au-Vin handelte von einem einst reichen Geschäftsmann, bei dem bei einem Essen mit dem Aufsichtsrat seiner Firma freundlich eröffnet wird. Aus geschäftstechnischen Gründen sei es notwendig, dass er bei einem Unfall ums Leben komme. Für seine Familie sei gesorgt, eine Lebensversicherung abgeschlossen. Er solle Punkt 8 Uhr abends hinausgehen und die Straße vor dem Lokal überqueren, um einen Brief in einen Briefkasten auf der anderen Straßenseite einzuwerfen. In diesem Moment werde ein Lastwagen vorbeifahren und ihn töten. Im Laufe der weiteren Genese dieses Stoffs kommt es zu einer Anverwandlung auf mythologischer Ebene. Der reiche Unternehmer erscheint als der mythische König Midas, dem alles, was er berührte, zu Gold wurde. Zugleich, so Weber, noch einmal ein Zitat, entwickelt Dürrenmatz das Drehbuch in ein raffiniertes, medienreflexives Spiel. In verschiedenen Schritten, in unzähligen im Manuskript erhaltenen Fassungen, wurde die Repräsentation der Hauptfigur des modernen Midas namens Richard Green zunehmend problematisiert. Zunächst entschied sich Dürrenmatz dafür, das Geschehen aus der Perspektive des zum Sterben bestimmten Protagonisten zu erzählen und als Konsequenz daraus für eine subjektive Kameraführung. Das heißt jedoch, dass der Protagonist nie auf der Leinwand sichtbar wird. Was zunächst nur als Regieanweisung vorhanden war, führte in der weiteren Überarbeitung zur Dematerialisierung, sodass die Rolle nur mehr Stimme Green hieß. Und daraus wiederum ergab sich im Text die Frage des fiktiven Darstellers an den Autor, wie man sich denn Green vorstellen solle. Dieser gesteht, dass er sich die Rollen beim Schreiben gar nicht figürlich vorstelle, sondern sich in sie hineinversetze. Alle Figuren sind demnach Emanationen seiner Autorsubjektivität, die in einer ideellen Semirealität schweben. Ja, sie schließlich als seine Gedanken erkennen. Wenn er nicht bei ihnen ist, können sie nicht mehr weitersprechen und handeln und müssen warten, bis er wieder an sie denkt. In der hier komplex zugeschriebenen medienteoretischen Lesartie eine Laborszene mittels einer Aufschau betrachtet und sozusagen mit groben Schnitten seziert, ist Midas oder die schwarze Leinwand die Einlösung einer offenen medienästhetischen Erfahrungs- und Wahrnehmungsmanifestation als ein, wie es ja auch der Klappentext der Erstausgabe besagt, Film zum Lesen, der sich an ein, so wiederum Stingelin, lesendes Kopf-Kinopublikum wendet. Schwarze Leinwand, Stimme Green. Verzeihen Sie mir, dass Sie in einem Kino, wohin Sie gekommen sind, etwas zu sehen, vorerst nichts sehen. Sie hören dafür die Stimmen eines Toten. Ein Aufschrei. Stimme Green. Wozu erschrecken? Sie sind es schließlich gewohnt, auf der Leinwand Tote nicht nur reden zu hören, sondern auch zu sehen. In rascher Folge Szenenausschnitte verstorbener Schauspieler wie Ponto, Steckel, Schweikert, Jürgens. Stimme Green. Nun, auf der Leinwand finden wahre Auferstehungen statt. Wird Ihnen dabei unheimlich zumute? Etwas später heißt es überdies, es ist heller Wahnsinn, sich mit diesem Medium zu beschäftigen, doch reizt die Zumutung zu sehr. So werden, nach Peter Husterholz, die medialen Möglichkeiten und Grenzen der Konstitution von Wirklichkeit respektive ihrer Fiktionen zur Darstellung gebracht, wie unter einem Brennglas fokussiert für eine, wie Stingelin resümiert, poetologische Reflexion des Schreibens in der Konfrontation mit den Schwierigkeiten des Schreibprozesses. Zur selben Zeit, so möchte ich hinzufügen, bedeutet Midas oder die schwarze Leinwand eine Privilegierung des explizit kreativen Subjekts, das medial innerhalb wie außerhalb des Textes agiert, konstruiert aus der Entwicklung des eigenen Stoffs, einschließlich all der Vorstufen und Textfassungen, sowie exemplifiziert, erprobt und beobachtet aus den Bedingungen des anvisierten Mediums. Dieser Reflexionsprozess führe, um auf Webers Rekapitulation zurückzukommen, real immer weiter weg von einem konventionellen und kommerziellen Film, wie man ihn von einer Zusammenarbeit zwischen Schell und Dürrenmatt erwarten konnte, hin zum experimentellen Zitat. Man kann darin, wie es Webers Biografie vorschlägt, einen weiteren Anknüpfungspunkt an sogenannte postmoderne Theorie, namentlich an Zitat Weber, Michel Foucault oder Roland Barthes Diskurs kritischer Rede vom Tod des Autors erkennen. Der reale Autor, dem die Fähigkeit, Gold zu machen, abhandengekommen ist, wäre so für die Firma, die seinen Namen trägt, nicht mehr nötig, ja vielmehr hinderlich. Und ich fand es auch interessant, gestern Abend, dass Reto Sorg genau auf diesen Text von Foucault auch angespielt hat, der uns ja allen bekannt ist und irgendwie auch schon wieder vergessen worden ist und dass das sozusagen hier auch noch einmal zusammenfällt in einer gewissen Art und Weise. Aus meiner Perspektive erkennbar wird hier darüber hinaus, wie sehr sich aber auch Theorie loslösen kann, sich hinüberschwingt im Diskurs, überlappt andere Gegenstände, überwältigt infiziert, eingebettet in ein solches undeutliches Laboratorium, das sich, um auf den Anfang meines Vortrags anzuspielen, um das eigene Medium durchaus mit philologischer Absicht sorgt, es pflegt. Wenn König Mieders alles zu Gold wird, was er berührt, wenn diese Gabe zum Fluch wird und nur noch Gold übrig bleibt, keine Subjekte mehr, sondern ausschließlich Gold, dann ist diese Gabe tatsächlich tragisch. Doch ist sie nicht allein tragisch, weil sich alles, was der Künstler betrachtet, alle Menschen, denen er begegnet, sich unter seiner Hand in künstlerischen Stoff verwandeln und der Gesundheit und der Künstler oder der Autor sich selbst zum Stoff wird als Fluch, sondern sie ist auch tragisch im Sinne eines Herausforderungs- und Hervorbringungsgedankens, der zu etwas Ostinat antreibt, es wahrzunehmen, zu erfahren, zu berühren, um es zu Gold zu machen und zwar vielleicht automatisiert, als um ein Wort von Gattarit zu verwenden, Maschination. In deren Zentrum steht, beziehungsweise in deren Kern befindet sich ein medienästhetischer Impuls, den uns Dürrenmatt allen voran mittels Mieders oder die schwarze Leinwand als Lektion nahelegt. Die Theorie der Medien als Praxis des Textes kann durch eine solche, um ein Wort Lyotard zu variieren, Medienästhetisierung, erneut mit Huber gesagt, kritisch zur Beobachtung und zur Reflexion gebracht werden und zwar nicht als ein Blick von außen, sondern indem die künstlerischen Kräfte und Energien andere Praxiskontexte durchqueren, unterlaufen, stören und immer wieder ins Offene führen, als Verfahren mit und in und als Technik, als Dimension einer Medienkultur eine Bedeutung zu geben, als Operation Gewissen am offenen Herzen eines Autos ohne Kopf, als Berührung von dessen überlebenden Sinnen sowie als Verkupplung eines mehrfachen Schreibens mit Medien. Das ist dieses, vielleicht ist es, dieses komplizierte medienteoretische Lesen im Labor, ein Lesen auf verschiedenen Seiten, ein Lesen als jenes Pipettieren, als ein theoretisierendes Lesen von auf diese Weise konstituierter Medienkultur, eine selektive Entnahme, eine Konfrontation, eine Mischung, um die Reaktion zu betrachten, eigentlich auch ein wiederum naturwissenschaftliches Verfahren. Dabei habe ich von Anfang an nicht allein von einem Lesen gesprochen, vielmehr habe ich das Partizip dieses Wortes verwendet, Gelesen. Bewusst steht diese Partizipialform für eine Mittelstellung, die Kombinationen impliziert aktivisch wie passivisch, theoretisch wie praktisch. Das Vorhaben, Dürrenmatt medienteoretisch gelesen, legt denn auch nahe am Ende einer solchen kombinatorischen, einen solchen kombinatorischen Mittelweg vorzuschlagen, der geleitet ist von der Idee einer Kippbewegung, wenn der Abstand, der Zwischenraum zwischen Texten und Texten, Texten und Medien, Medien und Medien, Theorie und Theorien, Theorie und Praxis, Theoremen und Praktiken, die aufeinander bezogen sind, aber Differenzqualitäten aufweisen, als wiederum andauernde medienästhetische Aufgabe, als eine medienteoretisch lesbare, beziehungsweise tatsächlich gelesene Medienteorie-Lektion gilt. Die Agenda, die dieser Schluss formuliert, ist, das wäre vielleicht auch der Clou für heute, die Programmatik einer neuen Deckung Dürrenmatt als Ausgang aus einer nach Rheinberger herausragenden medienästhetischen Matrix, die Medienteorie in den Text, in den literarischen Text, in das literarische Werk hinein und wieder herausführt, angelegt als Experiment unter Laborbedingungen, als Laborfeld, das aufs Deutlichste verschaltet. Die Phänomene emergieren, so Martin Warnke, und lassen sich nicht allesamt aus der Beschaffenheit der vernetzten Konstituenten ableiten, wenngleich unverdrossene Modellierer das noch immer versuchen. Dürrenmatt steht dafür nicht immer Pate, bietet aber ein kontroverses Modell. Vielen Dank für Ihre und Eure Aufmerksamkeit. Vielen herzlichen Dank für diesen reichen Vortrag, der bestimmt auch Anlass ist, zu Fragen, die wir jetzt noch stellen dürfen, diskutieren können, vor der Kaffeepause. Es hat Mikrofone und es hat schon Hände, die erhoben sind. Alexander Honold sehe ich unter Christoph Hamann. Amen. Amen.